Und jetzt gibt es ein Video für alle Paare. Es ist aber ganz wichtig, die Paare, die dieses Video jetzt anschauen, die müssen sich wirklich sehr, 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 sehr lieben machen. Und zwar ist es eigentlich der Partnerschaftstest. Und zwar, wenn man sich liebt, dann wünscht man sich nichts anderes, dass der Partner so glücklich ist, wie es eben geht. Und es ist natürlich noch kein Mensch perfekt. Und deswegen, damit der andere auch, sag ich mal, alles erleben darf, was es im Leben zum Erleben gibt, kann der jetzige Partner nicht alles geben, weil der ist natürlich nicht Gott. Und deswegen müsste man, wenn man seinen Partner wirklich liebt, seinen Partner an bestimmte Menschen abgeben, da, wo man selber nicht so perfekt ist, dass er da die größere Freude erlebt. Und das gilt natürlich für beide Seiten. Und wenn man damit einverstanden ist, dann weiß man, dass man wirklich seinen Partner mehr liebt als sich selbst. Und wenn man damit nicht einverstanden ist, dann weiß man, dass es eigentlich in der Beziehung nur um einen selber geht. care ist es natürlich auch ein suo Walmart schon so gut wie es ist. weiter. zwei und da Vielen Dank.